So Leute, ich habe fünf wichtige Fragen an euch. Die erste Frage, was ist ein Mensch ohne Geld? Ahm. Richtig. Jetzt kommt meine zweite Frage. Was ist ein Mensch ohne Essen? Hungrig. Sehr schön. Was ist ein Mensch ohne Trinken? Lustig. Sehr schön. Was ist ein Mensch ohne Familie und Freunde? Allein. Okay, jetzt kommt meine letzte wichtige Frage. Was bin ich ohne euch? Glücklich. Glücklich? Ich ohne euch? Guck mal, was ich ohne euch bin.